Schönen guten Tag meine Damen und Herren. Herzlich willkommen an Bord dieser Boeing 737 MAX 8. Mein Name ist Cap Morgan, ich bin Alkoholiker. Hey krass, darf ich die Kiste mit dem Jochen Schweizer Gutschein hier echt alleine fliegen? Ich hab keinen Twitter-Account, aber trotzdem bei jedem Flug 200 Follower. Ich hatte noch nie Sex mit einer Flugbegleiterin. Es gibt auch nette Flugbegleiter. Es ist schön, dass ihr euch gefällt, aber es ist nur ein Gag. Der Flieger hat gerade erst gelandet, schon springen alle auf. Ich muss euch als Fachmann kurz erzählen, in der Geschichte der Luftfahrt ist es noch nie vorgekommen, dass ein Fluggast nach der Landung vor dem Flugzeug am Terminal war. Der Autopilot schickt den Flieger auf den rechten Weg. Problem ist, es ist wirklich der rechte Weg, weil Autopilot heißt nur umgangssprachlich Autopilot. Präzise formuliert heißt das System nämlich Automatic Flight Director. Abgekürzt AfD. Ich weiß nicht wie es euch geht, aber jedes Mal, wenn ich auf diese Klopft rücke, denke ich mir, ich will nicht, dass die AfD den Kurs bestimmt. Nämlich überheblich, nativ oder ganz normal. An der Stelle möchte ich mir den Kommentar erlauben bei dem Thema. Ich finde, wir haben zwar alle den gleichen Himmel, aber nicht denselben Horizont. Ich weiß nicht, wir haben ja auch alle den ganzen Tag der Welt. Benutten, die sind nicht nur auf der Welt. Ich bin nur auf der Welt. Ich bin nur auf der Welt. Wir haben ja auch alle in der Welt.